Ich freue mich, dass so viele von Ihnen hier auch erschienen sind in Person und ich möchte auch die Teilnehmenden im Zoom begrüßen. Und ja, ich freue mich sehr, die Ringvorlesung Machines that Understand, Large Language Models in Artificial Intelligence zusammen mit meinen Kolleginnen Dagmar Groman, Matthias Leichtfried und Claudia Plant zu eröffnen. Wir kennen uns schon aus vielen verschiedenen Kontexten und ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, an der Podiumsdiskussion teilzunehmen und auch Claudia, dass du mit mir die Vorlesung organisierst. Ja, auch einen ganz herzlichen Dank möchte ich geben an die Vizerektorin für Studium und Lehre, Frau Professor Christa Schnabel, die eben die Initiative hatte für diese Ringvorlesung und die Idee und auch für die viele Unterstützung, die wir aus dem Rektorat dazu erhalten haben. Und mein Dank geht da auch an Herrn Sebastian Höft. Und für die technische Unterstützung hier möchte ich mich auch bei Frau Dr. Jana Herwig und Lukas Thoma bedanken. Genau. Was ist jetzt das Ziel dieser Ringvorlesung? Also das Ziel der Ringvorlesung ist, eben aktuelle Entwicklungen im Bereich der großen Sprachmodelle nachzuvollziehen und auch verständlich zu machen. Und dazu haben wir eben sehr hochkarätige SprecherInnen eingeladen, die in den nächsten Wochen hier Vorträge zu ihren aktuellen Forschungen bieten werden. Und wir werden das auch begleiten mit Self-Assessment-Aufgaben in Moodle und Lektüre-Empfehlungen, die wir jede Woche eben herausgeben und nächste Woche wird es eben auch eine Übersichtsvorlesung geben, die eine Einführung in die großen Sprachmodelle gibt. Und das Ziel ist eben, dass wir hier neben technischen Aspekten auch Fragestellungen zu Fairness und Verantwortlichkeit bei den großen Sprachmodellen behandeln und auch die Bedeutung der künstlichen Intelligenz für den breiteren Hochschulkontext, zum Beispiel im Bereich der Digital Humanities. Gut, genau, dann hat die Vizerektorin Prof. Dr. Christa Schnabel uns eine Videobotschaft auch vorbereitet, die ich gerne abspielen möchte. Herzlich willkommen, liebe Studierende. Ich freue mich, Sie im Rahmen dieser Lehrveranstaltung persönlich willkommen zu heißen. Als im letzten Herbst das Thema künstliche Intelligenz und große Sprachmodelle im Rahmen der künstlichen Intelligenz die Medien durchgeistert hat, war für uns schnell klar, das ist ein Thema, das wird uns als Universität die nächste Zeit intensiv beschäftigen. Die Sprachmodelle sind mittlerweile so ausgereift, dass sie Texte erstellen können, die eine relativ hohe sprachliche Qualität haben. Und das ist für uns als Bildungsinstitution eine Herausforderung, damit umzugehen. Es war unser Anliegen von Anfang an, nicht einfach Verbote, ich denke vielleicht an Prüfungszusammenhänge, nur aufzustellen, sondern auch damit konstruktiv umzugehen. Denn Sie als Studierende, Sie als Absolventen und Absolventinnen werden in Zukunft mit den Möglichkeiten dieser Sprachmodelle auch arbeiten müssen und damit umgehen müssen. Und es ist uns ein Anliegen, Sie so zu qualifizieren, dass Sie gut einschätzen können, welche Möglichkeiten, aber auch welche Gefahren sind damit verbunden. Diese Lehrveranstaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen, zu erfahren, wie funktionieren diese Modelle, welche Algorithmen stehen im Hintergrund, was haben sich die Entwickler dabei gedacht, welche Ziele werden damit verfolgt, aber auch wo liegen die Grenzen dieser Instrumente für die Zukunft. Uns als Universität ist es wichtig, dass Sie bestens qualifiziert sind, mit diesen Instrumenten umgehen zu können. Und unser Anliegen ist es, einen konstruktiven Umgang auf einer fundierten Wissensbasis zu ermöglichen. Ich möchte in diesem Rahmen auch den Leitern der Lehrveranstaltung, Frau Plant und den Herrn Kollegen Roth, sehr, sehr herzlich danken für Ihre Bereitschaft, dass Sie auf die Initiative des Rektorats der Universität Wien im Frühling 2023 eingegangen sind und bereit waren, diese Lehrveranstaltung zu konzipieren, zu planen, Kollegen und Kolleginnen einzuladen und so einen breiten Überblick über den aktuellen Wissensstand, Diskussionsstand im Bereich KI zu geben. Für Sie, liebe Studierende, möchte ich meine Einführungsworte mit einem Appell verbinden. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen, egal welches Studium Sie absolvieren, in welchem Fach Sie tätig sind. Wir werden in Zukunft Ihre Kompetenzen brauchen. Sie werden sie brauchen, wenn Sie im Beruf stehen. Und ich lade Sie ein, diese Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten im Rahmen dieser Lehrveranstaltung auch wirklich zu nutzen. Es ist uns bewusst, dass viele dieser Entwicklungen auch verunsichern. Und gerade Studierende sollten ihre Fragen, die sie haben in den Lehrveranstaltungen auch wirklich einbringen und stellen. Wir alle erleben in diesem Bereich mehr oder weniger gerade ein großes Experiment. Und wir wissen nicht, was in ein paar Jahren im Umgang mit diesen Instrumenten State of the Art sein werden. Unsere Aufgabe als Universität ist, diesen Prozess kritisch, konstruktiv zu begleiten. Und dazu soll diese Lehrveranstaltung Sie auch animieren. Gut. Wunderbar. Der weitere Ablauf der Vorlesung – ich hoffe, dass der Ton gut geht – ist jetzt der folgende. Ich werde eine kurze Einführung geben, was überhaupt ein generatives Sprachmodell ist. Und dann wird es eine Podiumsdiskussion geben mit den Expertinnen. Und die Podiumsdiskussion wird dann gegen Ende für Fragen aus dem Publikum geöffnet werden. Genau. Was ist ein Sprachmodell? Also auf Englisch Language Model oder abgekürzt eben LM. Die klassische Definition eines Sprachmodells ist, dass es eine Wahrscheinlichkeit über Wortfolgen ist. Also über Sätze zum Beispiel. Ja. Also zum Beispiel aus Jurassic and Martin, aus seinem Buch über Computerlinguistik, ist die Definition Models that assign probabilities to sequences of words are called language models or LMs. Und frühe Forschung zur Textstatistik konstruierte Sprachmodelle von Hand, also im Prinzip mit Stift und Papier oder untersuchte, wie Menschen Texte vorhersagen. Und aus dieser Forschung hat sich dann eben in der Informatik und in der Statistik dann eben die Forschungsrichtung der Sprachmodelle entwickelt, wo Computer eben diese Modelle aus Textdaten schätzen. Und es gab eben diese historische Entwicklung, wo die Sprachmodelle eben in der Sprachkenntlung zum Beispiel verwendet wurden, in Suchmaschinen und der maschinellen Übersetzung. Es ist aber eben wichtig, dass das die klassischen Sprachmodelle sind, die eben noch kein tiefes Sprachverstehen haben und die man jetzt auch noch nicht als künstliche Intelligenz zum Beispiel bezeichnen würde. In den letzten Jahren gab es eben jetzt die Entwicklung der Generative Large Language Models. Und das sind künstliche neuronale Netzwerke, die Text passend zu einem Kontext vorhersagen. Und zwar tun sie das schrittweise, indem sie immer ein Wort vorhersagen, das im Kontext der vorhergehenden Wörter wahrscheinlich ist. Und diese vorhergehenden Wörter nennt man dann prompt. Und um einen ganzen Text zu erzeugen, wird dieser Prozess wiederholt. Das heißt, das schon erzeugte Wort wird als Teil des Kontextes gesehen und ein weiteres Wort wird vorhergesagt. Und diese Texte können dann auch von ganz Anfang an einen Text erzeugen, indem dann zum Beispiel ein extra Startsymbol als der initiale Kontext vorgegeben wird. Und diese modernen Sprachmodelle lernen aus einer großen Menge an Sprachdaten das nächste Wort vorherzusagen. Also es wird eben aus einem großen Korpus an Textdaten versucht, so ein Modell zu lernen. Und im Gegensatz zu klassischen statistischen Methoden können neuronale Netzwerke lernen, auch über komplexe Muster und Sprachkonfigurationen zu abstrahieren. Also sie merken sich nicht nur einfach die Statistiken aus einem aus einer gegebenen Textmenge, sondern sie versuchen auch in dem Parameterraum, der dann dort gelernt wird, auch über komplexere Muster zu abstrahieren. Also ganz stark vereinfacht ist ein Sprachmodell eben so ein Modell, was einen Text erzeugt, über eine Verteilung an Wörtern. Also es gibt eben eine lange Liste mit allen möglichen Wörtern oder auch kleineren Worteinheiten. Und das Modell versucht eben sein Bestes, ein sehr wahrscheinliches Wort zu wählen. Also zum Beispiel, wenn noch gar kein Kontext gegeben wurde, ein Wort, was am Anfang eines Textes stehen könnte. Und wenn wir hier eine Wortliste haben, normalerweise sind diese Wortlisten deutlich länger, zum Beispiel bestehen die aus 30.000 Wörtern. Hier ist jetzt ganz vereinfacht nur mit wenigen Wörtern dargestellt. Wenn wir dort jetzt eben eine Wahrscheinlichkeitsverteilung haben, könnte ein wahrscheinliches Wort zum Beispiel the sein im Englischen. Ein sehr wahrscheinliches Wort am Anfang eines Satzes. Jetzt ist der Kontext eben besteht aus diesem Wort und dann könnte man sich jetzt überlegen, was wäre jetzt nach diesem Wort ein wahrscheinliches Wort. Zum Beispiel ein Nomen. Ja, in unserem Fall wäre hier zum Beispiel Cat und Dog vorhanden. Dann würde das Modell anhand dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung ein Wort auswählen und so weiter, bis dann eben ein kohärenter Text erzeugt wurde. Und natürlich hängt jetzt die Qualität des Textes an, davon ab, wie gut dieses Sprachmodell den Kontext verstehen kann, der davor kommt. Und dort liegen eben die Entwicklungen der letzten Jahre in den neuen neuronalen Sprachmodellen, weil hier wirklich dieser Kontext so gut modelliert wird, dass auch sehr gute und sehr passende Wörter dann vorhergesagt werden können, einen kohärenten Text erzeugt werden kann. Ich möchte noch ganz kurz auf neuere Entwicklungen eingehen, die wirklich die Sprachmodelle so ermöglichen, wie sie sie vielleicht auch schon selber ausprobiert haben. Zum Beispiel bei JetGPT. Und hier ist eben eine Richtung dieser neuen Entwicklungen die sogenannten Instructions. Also die neueren Modelle sind optimiert, nicht nur Text zu generieren, sondern Antworten zu Anweisungen, solchen sogenannten Instructions zu generieren. Und zwar läuft hier das Lernen dieser Modelle in drei Stufen ab. In drei Lernphasen passen die Netzwerke ihre Milliarden von Parametern an, um die folgenden Aufgaben zu lösen. Die erste Aufgabe wäre, ein gutes Wort, ein gutes nächstes Wort für einen gegebenen Kontext vorherzusagen. Und das wird aus sehr großen Textsammlungen gelernt. Also hier zum Beispiel mehr als drei Milliarden Token, also sozusagen Wörtern. Und in der zweiten Lernphase lernen diese Modelle aus Beispielanweisungen mit gegebenen Antworten eben Anweisungen zu verstehen. Und hier gibt es im Training so circa 100.000 solche Anweisungen und Antwortpaare. Und in einer dritten Phase wird dann versucht, dass diese Antworten auch noch zusätzlichen Randbedingungen entsprechen. Also gibt man dann zusätzliches menschliches Feedback, man bewertet diese Antworten, inwieweit sie bestimmten gewünschten Eigenschaften auch entsprechen. Ja, und hier sind oft genannt die drei Kategorien. Helpful. Es muss dem oder Userin ermöglichen, wirklich was mit der Antwort anzufangen. Harmless. Es darf zum Beispiel kein Hate Speech generiert werden oder keine Beleidigungen oder sonstige problematische Inhalte. Und Honest. Die Antwort muss auch eine reale, also wahr sein. Und das Language Model sollte sich zurückhalten, eine Antwort zu generieren, wenn die entsprechende Information nicht gegeben ist, ja. Und das nennt man dann Reinforcement Learning from Human Feedback. Und damit kann man versuchen, die Eigenschaften der Sprachmodelle in diesen Kategorien noch zu verbessern. Gut, das war meine kurze Einführung in Sprachmodelle. Hier noch ein kleines Beispiel, was das Sprachmodell sagen würde, wenn wir es zu dem Thema unserer Vorlesungen befragen würden. Also zum Beispiel kann man JetGPT fragen, was bedeutet generative künstliche Intelligenz für Hochschule und Gesellschaft? Antworte kurz, nenne Chancen und Risiken. Und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Anweisung, so eine Instruction, auf die das Modell optimiert wurde, mit solcher Art von Instructions umgehen zu können. Und JetGPT würde dann eben eine recht strukturierte Antwort geben und uns aufzählen, die Chancen sind für Hochschule generative KI, kann personalisierte Bildung, effizientere Forschung und innovative Lernmaterialien ermöglichen. Und für Gesellschaft, Automatisierung von Aufgaben, Fortschritte in der Medizin, bessere Nutzung von Ressourcen. Und als Risiken würde JetGPT uns zurückgeben, in der Hochschule Abhängigkeit von KI, Datenschutz und Ethikprobleme im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungen. Und in der Gesellschaft, Arbeitsplatzverluste durch Automatisierung, Datenschutzverletzungen, ethische und soziale Fragen im Zusammenhang mit KI. Noch eine Folie zu organisatorischen. Ich würde Sie bitten, nächste Woche die meisten Fragen zu den organisatorischen Themen zu stellen, weil da haben wir eine Sitzung, wo ich da bin, um alle organisatorischen Probleme mit Ihnen zu besprechen, die Sie vielleicht noch haben. Und Sie können auch alle relevante Informationen auf der Vorlesungs- Homepage finden, die auch in uFind verlinkt ist. Der Semesterplan ist ganz grob, dass wir eben heute die Eröffnung und Podiumsdiskussion haben auf Deutsch. Und nächste Woche werde ich eine Einführungsverlesung zu Foundations of Neural Language Models geben und auch einen kurzen Überblick über die Themen der Vortragenden geben. Und vom 9. Oktober bis zum 11. Jänner werden wir dann die Vorträge der Invited Speakers haben. Diese sind meistens auf Englisch, aber es gibt auch einige Vorträge auf Deutsch. Und diese werden begleitet mit Leseempfehlungen und Self-Assessments in Moodle. Das heißt, Sie sind auch ermutigt, während der Vorlesung sich mit dem Material zu beschäftigen und können eben in solchen kleinen Quizzes in Moodle eben auch interaktiv sich mit dem Material auseinandersetzen. Und dann gibt es am Ende des Semesters eine schriftliche Prüfung. Die Fragen werden auf Englisch sein. Sie können aber auch auf Deutsch antworten, wenn Sie das lieber im Jänner möchten. Und zur Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung wird es am 18. Jänner noch eine Frage- und Antwortsetzung geben. Gibt es dazu dringende Fragen, die ich jetzt beantworten sollte? Ansonsten würde ich Sie bitten, die Fragen zum Organisatorischen nächste Woche zu stellen. Wunderbar, dann können wir jetzt auch zur Panel-Diskussion kommen. Und das Thema unserer Panel-Diskussion wird sein, was bedeutet generative künstliche Intelligenz für Hochschule und Gesellschaft? Und genau, da möchte ich euch bitten, dass wir uns alle erstmal kurz vorstellen und dann zu den verschiedenen Themenbereichen kommen. Genau. Okay, kann man mich hören? Ja. Ja, also mein Name ist Dagmar Krohmann, assoziiert, steht zwar schon auf YouFind, aber ist noch nicht ganz durch. Ich warte noch auf die Bestätigung. Also ich bin Prof an der Translationswissenschaft der Uni Wien, komme aber ursprünglich aus dem Bereich künstliche Intelligenz, habe ein paar Jahre in Barcelona am IIIA gearbeitet und dann ein paar Jahre an der TU Dresden als Postdoc und beschäftige mich mit dem größeren Bereich der Computerlinguistik und da im Speziellen mit Knowledge Extraction, Informationsextraktion und soziotechnischen Auswirkungen von derartigen Sprachtechnologien auch, wie wir sie heute besprechen. Und gebe damit gleich mal weiter an Claudia Pflant. Hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Claudia Pflant. Ich bin Professorin an der Informatik und leite dort die Forschungsgruppe Data Mining und Machine Learning. Und in meiner Forschung beschäftige ich mich mit Data Mining. Es gibt aber keine strengen Trennlinien zwischen Data Mining und Machine Learning. Aber in meiner Forschung betrachte ich vor allem nicht überwachtes Lernen, das heißt Lernen ohne Trainingsdaten, für die wir schon Labels und Lernaufgaben kennen. Und ich beschäftige mich mit verschiedenen Fragestellungen in diesem Kontext und habe Kooperationen zum Beispiel mit der Medizin und mit der Meteorologie aktuell. Und damit gebe ich gleich auch weiter. Dankeschön. Mein Name ist Matthias Leichtfried. Ich bin Postdoc am Institut für Germanistik und dort in der Fachdidaktik Deutsch tätig. Also eigentlich sehr weit weg von künstlicher Intelligenz könnte man sich da jetzt denken. Ich habe mich aber sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, vor allem in der Arbeitsgruppe, die diese Guidelines entwickelt hat für Lehrende. Es gab auch eine Version für Studierende und ich war da vor allem für die didaktische Konzeption oder Modellierung zuständig, gemeinsam mit anderen und beschäftige mich eben mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf Hochschule, aber natürlich eben auch auf mein Fachgebiet auf den Deutschunterricht. Ja und mein Name ist Benjamin Roth. Ich bin Professor an der Fakultät für Philologie und Philkult, philologisch-kulturwissenschaftliche Fakultät und an der Fakultät für Informatik. Und ja, mein Forschungsgebiet sind eben statistische Sprachmodelle und deren Kombination mit Wissen, was wir in nicht statistischer Form kodiert haben. Also zum Beispiel in Knowledge Bases und anderen Wissensdatenbanken. Gut, genau. Wir haben uns jetzt hier drei Themenblöcke überlegt, über die wir gerne sprechen möchten. Und zwar sind die Themen erstmal Fairness und Daten, dann Vertrauenswürdigkeit und Nachvollziehbarkeit und dann, was bedeuten die neueren Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz für uns hier als Hochschule. Und um die Diskussion zu starten, denke ich mal, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Fairness und Daten. Und im Speziellen, welche Biases sind eventuell in diesen Sprachmodellen vorhanden? Und ja, reproduzieren die Sprachmodelle bestimmte gesellschaftliche Vorurteile? Und wie können wir über diesen ganzen Themenkomplex nachdenken? Gibt es da vielleicht neben den Risiken auch bestimmte Chancen zum Beispiel, wo Sprachmodelle uns auch helfen können, bestimmte Biases zu verringern? Und wie können wir insgesamt die Repräsentation von verschiedenen Gruppen verbessern mit den Sprachmodellen? Und diese Frage würde ich gerne an dich richten. Danke sehr. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Bias. Also man kann sagen Geschlecht zum Beispiel, kann ein Bias erzeugen oder durch, also Gender-specific Bias. Es geht auch auf Kulturen oder auf Ethnicität, Religion und so weiter. Und manchmal ist es versteckt, manchmal auch sehr, sehr explizit. Und entstehen kann so ein Bias in Sprachmodellen in erster Linie dadurch, dass wir vielleicht als Individuen weniger oder mehr Vorurteile haben, aber als Kollektiv scheinbar doch sehr große Vorurteile haben, weil einfach diese Modelle Muster in riesigen Datenmengen erkennen und diese Muster haben ganz eindeutig sehr viele Vorurteile. Ein Beispiel, das auch im Internet oft zu finden ist, ich weiß nicht, wie viele InformatikerInnen sind hier? Schon einige, die Python kennen? Okay. Also ein Beispiel, das oft auch gezeigt wird, ist die Anfrage, schreibt mir einen Python-Code, um zu entscheiden, welche Studierenden zugelassen werden sollten an einer amerikanischen Uni auf Basis ihres Geschlechts zum Beispiel und ihrer SAT-Scores. Und dann kommt die Antwort irgendwie so, so und so viel Score für die eine Personengruppe, so und so viel für die andere. Also wirklich sehr unterschiedlich und am wenigsten SAT-Score für weiße, am besten männliche Studierende, ja. Wenn man das jetzt dann nochmal eingibt, bei JGPT zum Beispiel, dann ist es schon wieder, dann gibt es schon wieder keine Ausgabe, ja, weil es wurde dann sofort korrigiert, weil es irgendwo im Netz veröffentlicht wurde. Versucht man das Ganze noch einmal auf einer anderen Sprache und nicht mit Python-Code ist der Bias ganz plötzlich wieder da. Also in der Sekunde, wo Mehrsprachigkeit ins Gewicht fällt, sind einfach diese zugrunde liegenden Parameter, die beim Vortraining gelernt wurden oder diese Muster, die beim Vortraining gelernt wurden, viel dominanter als das, was durch Reinforcement Learning dann versucht wird zu korrigieren. Der Bereich, mit dem ich mich am meisten beschäftige, ist eben Gender, also geschlechtsspezifischer Bias. Wir hatten da ein Projekt dazu namens Gender Fair Machine Translation und Gender Fair Sprachtechnologie, weil das Problem ist, dass diese Modelle und auch alle Ansätze, die derzeit so kursieren, bis auf zwei Ausnahmen, mittlerweile drei Ausnahmen, sich ausschließlich auf eine binäre Darstellung von Geschlecht beziehen. Das heißt, es wird immer nur geschaut, dass vielleicht mal Frauen auch inkludiert werden, aber nicht binäre und trans Personen fallen komplett durch. Wenn man JGPT oder andere Sprachmodelle danach explizit fragt, ob es zum Beispiel jetzt Neopronomen im Deutschen kennt oder Sylvain Convention oder sowas im Deutschen kennt, dann gibt es schon eine schöne Erklärung, aber in der Sekunde, wo man wieder eine spezifische Anfrage stellt, wie übersetzt mir der Nurses ins Deutsche oder der Doctors ins Deutsche, dann sieht man schon wieder ganz klar, dass da ein Gender Bias drinnen ist, weil dann sind es die Ärzte oder die Krankenschwestern. Also das ist wirklich ein relativ großes Problem. Wie könnte jetzt so ein Sprachmodell in so einem Fall unterstützen? Wie könnte ein Sprachmodell auf der Gesellschaft helfen, Bias zu erkennen oder eigene Vorurteile zu erkennen? Wenn es tatsächlich in der Lage ist, jedes Mal eine Warnmeldung auszugeben, wenn jemand einen Input eingibt, der schon mal nach Bias schreit, dann wäre es natürlich sehr hilfreich, auch die Menschen sozusagen ein bisschen zu ziehen damit. Das passiert eben, wie gesagt, bei Anfragen, die im Web kursieren, dass dann das Modell sagt, ich bin nur ein AI-Modell und deine Anfrage klingt so, als ob es einen Bias erzeugen würde, aber das ist wie gesagt noch nicht perfektioniert. Das heißt, das ist sicher ein Bereich, an dem wir auch vielleicht mehr arbeiten sollten, dass man sagt, dass hier wirklich eine Warnung ausgegeben wird, dass hier Vorurteile möglich oder sehr wahrscheinlich sind. Ein Beispiel möchte ich noch nennen, das in unserem Projekt zur Informationsextraktion sehr auffällig war, auch teilweise wirklich sehr versteckter Bias. Wir haben versucht, zwischen Wörtern Relationen automatisch zu erkennen, Wörter, die im Text vorkommen und die Relationen, so wie sie im Text vorkommen. Und ich habe dann irgendwann einmal bemerkt, dass dieses verfeinerte Modell, also da gibt es das Vortrainierte und dann versucht man es auf diese spezifische Anwendung zu verfeinern, in dem Fall Informationsextraktion, dass es ganz plötzlich ganz interessante Relationen vorgeschlagen hat, wie zum Beispiel weiß und kriminell hat gar keine Beziehung, aber schwarz und kriminell ist ganz klar eine hierarchische Beziehung. Und das sind natürlich Dinge, die will man nicht. Also das sind wirklich, also da glaube ich gilt es wirklich auch als EntwicklerInnen darauf zu achten, dass derartige Dinge nicht vorkommen und wirklich sehr raffinierte Methoden zu entwickeln, dass diese extreme Dominanz von den darunterliegenden mehrheitsbasierten Mustern etwas zurückgenommen werden kann. Und damit gebe ich glaube ich weiter. Ich möchte vielleicht zwei Dinge da ergänzen. Zum nächsten Mal möchte ich betonen, dass es gar nicht so einfach ist, diesen sehr mächtigen Modellen dieses Verhalten abzuerziehen. Weil es ist einfach so, wir haben eine gewisse Datenbasis und die spiegelt weiter, wie die Gesellschaft im Moment ist und auch historisch gewesen ist in den letzten Jahren, sondern einfach die Textdokumente, die da sind, aus denen die AI lernen kann. Und insofern ist es halt einfach so, dass da, wie Dagmar, du gesagt hast, Muster gefunden werden, die allgemeine Trends repräsentieren. Und es hält uns ein bisschen den Spiegel vor. Wir sehen dadurch auch, wie ist unsere Welt heutzutage. Und das ist eben auch, kann die Augen öffnen. Und gleichzeitig müssen wir in der Forschung aber auch Methoden entwickeln, die Fairness, Constraints, also Nebenbedingungen in diese Modelle hineinbringen, ohne die Qualität der Modelle allzu sehr zu schädigen. Und das ist nicht nur ein Thema für die großen Sprachmodelle. Vor allem, wenn Sie auch darin denken, was ich in meiner Kooperation teilweise mache, ist, dass ich mit Experten aus der Biomedizin zusammenarbeite. Und auch hier ist Fairness und Bias ein ganz wichtiges Thema, weil zum Beispiel, wenn Sie denken an ein Klassifikationssystem, das aus Handyfotos von Hautläsionen klassifizieren sollte, ob das ein bösartiges oder ein gutartiges Muttermal ist, dann solche Systeme sind auch meistens nicht trainiert mit genug Daten von People of Color und haben dort einfach eine sehr viel schlechtere Prognosegüte. Und man muss auch einfach sagen, diese Modelle, die tiefen neuronalen Netzen, sei es jetzt Sprachmodelle oder andere Deep Learning Algorithmen, brauchen einfach verdammt viele Trainingsdaten. Und oft bedienen sich Entwickler und EntwicklerInnen einfach auf Datensätzen, die frei verfügbar im Internet herumfliegen. Und die sind also meistens unterliegen, sie sind Biases von unserer Gesellschaft. Und was ich als zweiten Punkt hinzufügen muss, ich freue mich sehr, dass Sie sich alle für diese Themen interessieren. Weil ich glaube, was man dagegen tun kann, ist auch, dass die EntwicklerInnen von diesen Methoden viel diverser sein sollten. Weil auch hier haben wir sehr viele Männer aus dem westlichen Kulturkreis, die einfach diese Methoden auch entwickeln und weiter veröffentlichen und Erweiterungen machen. Also ich glaube, das ist auch ein guter Ansatzpunkt, wenn man mehr Diversität und diese Entwicklungen müssen einfach gesellschaftlich auf eine breitere Basis gestellt werden, würde ich sagen. Ja, also mein Zugang zu dieser Frage ist natürlich auch aus meiner Richtung kommend ein didaktischer Zugang oder die Frage, wie kann man denn Personen, die diese Sprachmodelle nutzen, wie können denn die diese Biases erkennen, wenn dann diese Texte da ausgegeben werden und da möglicherweise problematische Biases drinnen sind oder auch in Bildern, ist ja nicht nur bei Texten so. Und ich glaube, das wäre jetzt eine Möglichkeit, auf der Seite der NutzerInnen da auch etwas dagegen zu tun. Also Stichwort Critical AI oder AI Literacy, also dieses Mitdenken und diese schon kritische Haltung gegenüber dem Output, den generative KI da produziert. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich eine spannende Diskussionsfrage, ist natürlich auch immer die Frage von Macht damit verbunden, wer programmiert diese Modelle und das wurde ja jetzt angesprochen. Denn es gibt ja natürlich auch immer wieder dann diese Entwicklungen, dass zum Beispiel Large Language Models mit den genauen Programmierungen frei im Internet auftauchen, im Dark Web auftauchen. Facebooks Lama wurde da zum Beispiel geleakt oder und mit diesem Sprachmodell dann wurden Sprachmodelle angefertigt, die eben genau diese Biases möglicherweise sogar noch verstärken oder zum Beispiel nur antisemitische Antworten liefern oder eben nur falsche Informationen liefern und so weiter. Da gab es einige Berichte darüber und das heißt, das ist natürlich immer auch eine gesellschaftliche Frage, denn momentan sind die großen Sprachmodelle, die wir verwenden, von diesen Tech-Unternehmen gesteuert und die sagen auch ganz genau, welche Antworten sind da erlaubt und welche sind nicht erlaubt und dann geht dieser große Wettkampf los. Wer schafft es diese LLMs dann auch zu, also diese Jailbreaks, die es da gibt, also dieses Phänomen, dass man diese Guardrails, die da angesprochen wurden, auch umgeht und das finde ich eine spannende Diskussion. Ja, danke für eure Antworten. Da möchte ich ein paar Aspekte aufgreifen, die glaube ich sehr interessant sind, weil was jetzt ja auch rausgekommen ist oder aus meiner Perspektive, dass es zwei Aspekte gibt. Das eine ist der gesellschaftliche Aspekt. Was sind denn die ethischen Werte, die wir möchten, dass die Sprachmodelle haben? Und dann ein technischer Aspekt. Wie können wir das dann umsetzen? Und ja, da möchte ich vielleicht die nächste Runde dann starten mit Fragen an euch. Also auf der einen Seite, wer sollte entscheiden, was die ethischen Werte sind? Wie können wir das organisieren? Wie können wir die Werte, die wir wollen, dass die Sprachmodelle dann annehmen? Wie können wir diesen Prozess quasi organisieren und wie können wir da auch Partizipation erreichen? Und vielleicht, wie können wir das dann auch umsetzen, wenn wir einen guten Mechanismus haben, diese Werte zu bekommen? Genau. Also wer sollte entscheiden, welche Daten und ethischen Werte in die Sprachmodelle reingehen? Soll ich mal starten? Ich kann das gerne machen. Also ich hoffe, dass wir auch in der Zukunft, also in den folgenden Jahren, genug Ressourcen bekommen von unseren Regierungen, aber auch von Fördergebern, sodass wir die künstliche Intelligenz mit europäischen Werten weiterentwickeln können. Also meiner Meinung nach müssen diese ethischen Werte selbstverständlich in einem gesamtgesellschaftlichen, demokratischen Prozess festgelegt werden. Und im Grunde wäre es idealerweise so, dass sich jeder und jede an diesem Prozess beteiligen können. Also es sollten nicht nur InformatikerInnen sein, sondern Menschen von ganz diversen Hintergrund sollen sich daran beteiligen können. Und es ist gar nicht so einfach, natürlich solche Prozesse zu organisieren. Aber was heutzutage oft passiert ist, dass sehr viel Geld verwendet wird, dass AI weiterentwickelt wird zu ethisch fragwürdigen Zwecken, teilweise auch von Geldern, die durch die Rüstungsindustrie gesponsert werden. Also auch gerade, wenn man sich anschaut, die Förderorganisationen weltweit. Ich möchte nichts dagegen sagen, wir brauchen diese Dinge auch. Aber sehr viel Geld fließt nicht gerade in diese Forschung, die wir jetzt meinen, sondern es werden zum Beispiel Erklärungskomponenten entwickelt für Drohnen, die bewaffnet sind, sodass man nachher auch erklären kann, warum eine Person ausgewählt und getötet worden ist. Und ja, wahrscheinlich brauchen wir diese Technologie auch. Aber wir brauchen sicherlich einen gesamtgesellschaftlichen breiten Prozess, um festzulegen, welche ethischen Werte sind wichtig und welcher Einsatzzweck von diesen Technologien ist eigentlich gewünscht von der Gesellschaft. Ja, also das ist natürlich, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Frage, weil klar, es braucht demokratische Institutionen und es braucht Bildungsinstitutionen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber dann ist es natürlich trotzdem am Ende des Tages so, dass hier Macht ja natürlich sehr kondensiert ist auf diejenigen, die diese großen Modelle entwickeln und das ja natürlich immer auch mit wirtschaftlichen Ressourcen zu tun hat. Und so den Eindruck, den ich hier gewonnen habe, ist, dass das oftmals eben die großen Tech-Unternehmen sind, die es ohnehin schon gibt, also Google, Microsoft und so weiter. Und dass eben die Ressourcen, die es braucht, um solche Modelle zu trainieren, also vor allem die Large Language Models, das geht ja in Summen oder das sind Summen, die sind oftmals jetzt für kleinere Forschungsgruppen oder so gar nicht möglich. Und ich glaube, das ist dann genau diese problematische Fokussierung von auch definitorischer Macht oder von den Fragestellungen, was da jetzt eben für Werte drinnen sind in solchen Sprachmodellen. Ich war vor kurzem auf einer Podiumsdiskussion und da meinte dann ein Professor, die Ära der Suchmaschinen würde zu Ende oder gehen oder ist zu Ende gegangen. Und es beginnt die Ära der Erklärmaschinen, also sowas wie diese Large Language Models. Und ich finde, das ist schon, das gibt schon zu denken, wenn man sich, wenn man dann darüber nachdenkt, welche Modelle erklären uns dann die Welt. Also wenn man das auch wirklich, wenn das dann breitenwirksam verwendet wird und dann genau diese Biases, die da angesprochen wurden, vorher da drinnen sind, dann ist das natürlich höchst problematisch, wenn man da nicht diese kritische Distanz auch entwickeln kann. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Prozess und ich habe mich auch ein bisschen gedrückt jetzt um diese Frage. Also ich würde nur noch gerne ergänzen, es gibt ja einige Initiativen. Eine sehr interessante heißt Bloom. Da haben sich tausend AI-Forscheinen weltweit zusammengeschlossen, wie ChatGPT rausgekommen ist, um sozusagen ein frei verfügbares Modell zur Verfügung zu stellen. Das ist auf Hugging Face, aber wenn man es dann selbst nutzen will und gerne verfeinern, also feintunen möchte, dann braucht man schon wieder etwas an Speicher und an Kapazitäten. Also es ist immer wieder das Problem der Ressourcen, immer wieder dieses eine Problem, das ihr jetzt beide schon angesprochen habt. Eine Forschungsrichtung, die ich sehr interessant finde, ist Möglichkeiten, um die Größe dieser Modelle bei selber Parametermacht, also gleiche Leistung, aber geringere Größe. Das finde ich am allerinteressantesten, weil das würde viele Probleme lösen. Weil zu glauben, dass eine Bildungsinstitution wie die Uni Wien in der Lage ist, diese Modelle laufen zu lassen, zu warten, das ist einfach nicht realistisch. Also wir haben zum Beispiel in einem anderen Forschungsbereich, eine LLOD Cloud, also Linkdata, auf einem Server an einer Uni laufen, der gesamte Forschungsbereich hängt da dran, dann wurde diese Uni gehackt, der Server ist down und dann ist einfach das alles weg. Eine Uni hat einfach nicht dieselben Ressourcen auf Hackerangriffe zu reagieren, wie eine Organisation wie OpenAI. Und aus dem Grund finde ich eben diesen Bereich zu sagen, okay, wie kann man diese Modelle so anpassen, dass sie einfach auf, weiß ich nicht, andere Infrastrukturen passen, finde ich persönlich am interessantesten. Ja, danke. Also ich glaube, das waren sehr interessante Gedanken zu diesem Thema und ich glaube, das ist wirklich eines der wichtigsten Themen in dem ganzen Bereich, wo es auch keine einfachen Antworten gibt. Also ich glaube, das ist ein Thema, was diese ganze Entwicklung weiter begleiten wird und wo wir auch alle gefordert sind, uns einzubringen, auch in den öffentlichen Diskurs. Genau, das nächste Thema, was auch damit zusammenhängt, was ich gerne diskutieren würde, ist Vertrauenswürdigkeit und Nachvollziehbarkeit. Also diese Modelle geben uns ja Antworten, wo wir vielleicht gar nicht genau wissen, wie das Modell dazu kommt. Und wir wissen zum Teil auch gar nicht, ob diese Antworten wirklich stimmen oder ob wir uns auf die Antworten auch verlassen können. Und eine Gruppe von Antworten, wo das eben besonders eklatant ist, sind eben Antworten, die vielleicht so gar nicht stimmen oder sogenannte Halluzinationen. Und da würde ich dich gerne fragen, Claudia, woher kommt das, dass diese neuronalen Netzwerke teilweise Antworten erzeugen, wo man, wenn man genauer hinschaut, eigentlich merkt, dass da gar nichts dahinter steckt in der Realität. Wie du ja schon erklärt hast in der kurzen Einführung, Ben, es ist so, dass die Parameterräume von diesen Modellen riesig sind, unvorstellbar groß. Also es sind Milliarden von lernbaren Parameter, die während des Trainingsprozesses gelernt werden von einem Modell. Und nun ist es so, dass man sich da einfach mathematisch in sehr, sehr hochdimensionalen Räumen bewegt. Und auch damit kann man rechnen, aber als Mensch kann man sich das nicht mehr vorstellen. Also wir können uns als Menschen alle gut einen dreidimensionalen Raum vorstellen, wie den, in dem wir jetzt sitzen. Aber wenn wir schon reden über zehndimensionale Räume, dann ist es schon so, dass diese Räume aus mathematischen Gründen seltsame Eigenschaften haben, die man als Curse of Dimensionality zusammenfasst. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, die Größe des Raums explodiert, exponentiell mit steigender Dimension. Und es heißt auch, dass die meisten Bereiche von diesem hochdimensionalen Raum eigentlich leer sind und am Rand sind. Also das heißt, es ist ein riesig hochdimensionaler Parameterraum, wo dann die Datenpunkte durchfließen sozusagen und auch dann ein Ort bekommen und dieser Parameterraum wird gelernt. Und da kann es zu sehr seltsamen Effekten kommen, also zu den sogenannten Halluzinationen, dass man einfach ein Deep Learning Algorithmus Antworten gibt, die aufgrund der Trainingsdaten für uns erstmal nicht erklärbar sind. Und das sind die sogenannten Halluzinationen. Also dieser riesige Parameterraum in Kombination mit einer sehr endlichen Trainingsdatenmenge, weil wir brauchen eigentlich auch immer, immer mehr Trainingsdaten, um so hochdimensionale Modelle zu lernen, führt dann zu komischen Seiteneffekten manchmal. Aber so ganz verstanden ist das auch in der Forschung noch nicht. Aber vielleicht, Dagmar, kannst du mehr sagen zu Chat-GPT? Also zu GPT-ähnlichen Modellen. Es gibt auch noch ein paar andere Gründe, warum es zu diesen Halluzinationen kommen kann. Beispielsweise sind ja Menschen auch nicht immer ganz konfliktfrei. Das heißt, wenn es tatsächlich widersprüchliche Informationen in den Trainingsdaten gibt, dann muss sich das Modell entscheiden. Oder es gibt tatsächlich die korrekte Information der Anfrage in den Trainingsdaten. Aber andere Informationen sind einfach viel häufiger und da hat man dann wieder so einen gewissen Bias auf häufigere Informationen drinnen. Und am allerschlimmsten, wie jetzt, wenn einfach bestimmte Informationen neuer sind als der Trainingszeitpunkt, dann wird schamlos erfunden. Also da gibt es einige ganz nette Studien, wo medizinische Studien zur Gänze, also Zusammenfassungen von medizinischen Studien zur Gänze erfunden wurden, weil die einfach später stattgefunden haben und einfach keine Ergebnisse vorhanden waren. Das ist halt insofern auch sehr problematisch, weil wenn BenutzerInnen dem das nicht erkennen oder ihnen das nicht bewusst ist und diese Information als bare Münze genommen wird, wie es bei Studierenden öfter schon vorgekommen ist, die dann einfach Teile von Masterarbeiten oder Seminararbeiten abgeben mit erfundenen Referenzen. Wir kennen jetzt unsere Fachbereiche. Das heißt, ich weiß schon, ob es das gibt oder nicht. Oder schau zumindest mal nach, habe auch eine gute Idee, ob der Stil dasselbe ist oder nicht. Also das ist durchaus auch im studierenden Kontext nichts zu empfehlen, einfach das direkt zu übernehmen, ohne nochmals zu überprüfen. Diese Halluzinationen, das ist ein Thema, das mich tatsächlich sehr untreibt, weil ich auch unter anderem Philosophie studiert habe und man sich ja immer die Frage stellen muss, was ist eigentlich das, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir Wahrheit auch, ja, was wir als wahr bezeichnen, was wir als falsch bezeichnen. Und das ist natürlich ein sehr viel größeres Thema, aber diese Sprachmodelle führen uns das jetzt auch vor Augen, dass natürlich dieser Zugang zur Welt, der vermittelt ist über Text, also über den Output-Text, ist immer ein epistemologisch prekärer. Es hat sich auch so im Diskurs immer wieder mal dieses Wort Bullshit tatsächlich etabliert, also wurde diskutiert. Bullshit ist ein Konzept von Harry G. Frankfurt, einem Philosophen, der sagt, Bullshit ist etwas, das keinen Bezug zur Wahrheit hat. Also das ist ein Lügner, eine Lügnerin weiß, was die Wahrheit ist, aber sie weicht ganz bewusst davon ab. Bullshit wäre jetzt etwas, das einfach keinen Bezug hat. Ist es wahr oder falsch, ist ganz egal. Es ist einfach sozusagen Textproduktion. Jetzt gibt es berühmte KritikerInnen, zum Beispiel Gary Marcus ist so ein Kritiker von den aktuellen Sprachmodellen und der sagt, das ist ein Bullshit-Generator und das ist natürlich hoch problematisch, weil die Kosten, um einfach Bullshit-Informationen zu produzieren, sind sehr, sehr niedrig geworden. Und insofern ist das, was diese LLMs produzieren und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es gibt ja keinen Bezug zur Wahrheit. Das schreibt ja OpenAI auch in dem Begleittext. Ich glaube, bei den Limitations ist der erste Punkt, there is currently no source for truth in training. Und ich glaube, das ist etwas, das natürlich zu denken geben sollte und da bin ich jetzt wieder bei diesen Kompetenzen im Umgang mit dem Output und das wurde ja jetzt auch schon angesprochen bei Seminararbeiten. Man müsste im Grunde genommen wirklich jeden Output, der von generativer KI kommt, immer mit diesem, also man muss sich immer diese Frage stellen, bin ich in der Lage, diesen Output nachzuvollziehen, kritisch zu hinterfragen? Habe ich das Wissen, um diesen Output zu überprüfen? Und will ich das auch tun? Also nehme ich mir auch die Zeit dazu, diese Quellen nachzuvollziehen? Und wenn man da beide Male Nein antwortet, dann ist es eher abzuraten, auf das zu vertrauen und es eben als Ideengenerierungsmaschine, aber eben nicht als Wissensmaschine oder als Erklärmaschine. Ja, sehr interessant. Da möchte ich auch ein paar Punkte aufgreifen. Und zwar denke ich mir, da könnte es auch wieder zwei Ebenen geben, auf denen man ansetzen kann. Das eine ist die Ebene der Nutzer und NutzerInnen und wie können wir quasi in der Öffentlichkeit eine Art von Awareness erzeugen und eine Sensibilisierung für die Probleme, die mit den Ausgaben dort passieren können. Aber es gibt auch wieder eine technische Seite. Wie können wir die Modelle vielleicht so erweitern, dass es auch besser möglich wird, die Vertrauenswürdigkeit vielleicht einzuschätzen? Ja, und was gibt es da für Wege vielleicht, aus denen man sich dann bedienen kann, um das auch leichter zu machen, wenn dann die Awareness da ist, ja, auf User-Seite. Und da möchte ich auch die Frage in die Runde stellen. Welche Gedanken habt ihr da dazu? Also ich erlaube mir da jetzt mal auf den technischen Aspekt zu antworten. Es gibt einen Fachbereich, der nennt sich Neurosymbolic AI. Das ist die Verbindung von logischen klassischen Ansätzen, also symbolic sozusagen, ja, mit eben diesen neuen neuronalen Ansätzen. Und die Idee ist, dass man wirklich diese logischen Ansätze, wo es auch diese Reasoner gibt, also das sind Modelle, die automatisierte Schlussfolgerungen zulassen auf Basis von existierenden Daten. Aber die können auch Daten ergänzen. Das heißt, die können nicht nur Schlussfolgern aus dem, was explizit dargestellt ist, sondern auch darüber hinaus Schlussfolgern. Und die Idee ist, von diesem Fachbereich diese beiden Ansätze zu ergänzen. Das heißt, man verwendet quasi diesen logischen Bereich als eine Art Fact-Checking und den neuronalen Bereich, um einfach diese große Erklärungsmöglichkeit zu haben. Ja, den perfekten Ansatz dazu gibt es noch nicht, so wie es meistens der Fall ist. Aber es ist ein immer größer werdender Forschungsbereich und relativ vielversprechend, dass man einfach sagt, die Fakten, die wir darstellen möchten, verbinden wir mit den Fakten, die das Modell lernt, oder nicht Fakten in dem Fall, mit den Informationen und den Mustern, die das Modell lernt, aus den großen Datenmengen. Ich glaube auch tatsächlich, ich kann das nur sehr untersprechen, also vor der Entwicklung oder vor dem großen Erfolg der tiefen neuronalen Netze in den letzten Jahren gab es sehr viel mehr Forschung in andere Richtungen, die halt auch leichter zu erklärende Modelle lieferte, die auch teilweise schon relativ mächtig waren. Also die neuronalen Netze selbst sind ja auch schon eine ziemlich alte Technologie, wo ich angefangen habe vor 20 Jahren in meiner Forschung, da waren neuronale Netze ziemlich out und also kein Mensch hat sich damit beschäftigt. Die gab es schon, aber es waren keine tiefen neuronale Netze, weil damals konnte man mit der damaligen Hardware ohne Grafikkarten, konnte man solche großen Modelle einfach noch gar nicht trainieren. Und außerdem war es auch so, dass es noch nicht so viele freie Trainingsdaten im Internet gab. Und deswegen hat man damals auch an anderen Ansätzen geforscht, die den Vorteil haben, dass sie besser interpretierbar sind. Zum Beispiel Entscheidungsbäume oder Random Forests in verschiedenen Varianten oder Kernel-Maschines. Und mit der Combination Power, also mit der Hardware, mit billigen Grafikkarten und billigem Speicher wurde es möglich, tiefe neuronale Netze zu trainieren, die heute sehr, sehr mächtig sind. Ich denke aber dennoch, dass man die gelernten Techniken von damals nicht über Bord schmeißen sollte, sondern kombinieren sollte mit den neuronalen Netzen, weil man hat doch Vorteile von den sozusagen alten Techniken, was also eine bessere Erklärbarkeit der Ergebnisse zum Beispiel beinhaltet. Und in meinen medizinischen Kooperationen verwende ich auch häufig diese traditionelleren Verfahren, weil es einfach nicht genug Trainingsdaten gibt. Wenn Sie zum Beispiel denken an seltene Krankheiten, da können Sie einfach auch nicht mehr Daten von mehr Patienten gewinnen, glücklicherweise, weil es einfach nicht genug gibt, die an dieser Krankheit leiden. Und da sind auch oft zum Beispiel Modelle basierend auf Entscheidungsbäumen sehr sinnvoll, weil sie produzieren ein interpretierbares Ergebnis, arbeiten mit fest definierten Regeln und tragen auch stark zum Erkenntnisgewinn bei. Also ich würde sagen, langfristig finde ich das auch, man muss die Stärken dieser beiden Ansätze kombinieren. Also es waren jetzt zwei Ebenen angesprochen, einerseits die technische Ebene und andererseits dann so diese gesellschaftliche Auswirkung oder vielleicht die Nutzer und Nutzerinnen. Und ich finde, das ist eine Frage, die natürlich immer im Zusammenhang mit Technologie oder mit Technologie sich stellt. Und das ist die Frage des Vertrauens. Wie sehr vertrauen wir auf diese Technologien? Und ich denke da immer an dieses Beispiel von Google Maps oder von anderen Tools, mit denen man sich orientieren kann. Ich bin vor kurzem auf eine Tagung gekommen, zu einer Tagung gefahren und bin am Bahnhof ausgestiegen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist die Universität einzugeben und dann hat mir Google Maps den Weg angesagt und ich bin diesem Weg nachgegangen. Ich habe gar nicht viel darüber nachgedacht. Stimmt der Weg? Ist es der effizienteste Weg? Ich habe ihn nicht kritisch hinterfragt, weil diese Technologie funktioniert. Ich bin am Ende bei der Universität angekommen. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht war es irgendwie ein Umweg oder so. Ich habe es nicht nachgeprüft, weil die Technologie funktioniert. Und ich glaube, das ist immer etwas, über das man sich dann auf der Seite der NutzerInnen Gedanken machen muss. Was passiert, wenn diese Technologie offensichtlich funktioniert? Aber eben dann muss man immer die Frage stellen, wie gut funktioniert sie wirklich? Und ich glaube, das ist eher die Gefahr, dass auf Seite der NutzerInnen hier einfach schnell man sich irgendwie Informationen erklären lassen will und man hat eine Frage, die man nicht beantworten kann. Man fragt ChatGPT, da kommt irgendwas raus und man nimmt das weiter. Man arbeitet mit diesem Ergebnis weiter. Und auf der technischen Ebene, das noch ganz kurz und da bin ich aber jetzt kein Experte dafür, aber das ist etwas, das ja bei den Large Language Models, den aktuell verfügbaren gemacht wurde, ist, dass man die verbindet mit einem Information Retrieval Mechanismus oder eben mit Suchmaschinen zusammenspannt, wo dann auch an der Oberfläche zitiert wird, also wo dann zehn Quellen gelesen werden unter Anführungszeichen und dann werden diese zehn Quellen zusammengefasst. Aber selbst da gibt es natürlich Probleme in der Faktizität oder selbst da muss man nachprüfen, ob diese Quellen auch wirklich richtig unter Anführungszeichen verstanden wurden und richtig wiedergegeben werden. Also man hat im Grunde genommen auch da dieselben Probleme, aber vielleicht kannst du dann mehr dazu sagen, was Information Retrieval Modelle oder eben Mechanismen betrifft. Also Information Retrieval ist ja der Fachbereich, der sich mit dem Auffinden von Dokumenten aufgrund von Metadaten und so weiter beschäftigt. Der andere ist Informationsextraktion, wo es wirklich darum geht, aus Dokumenten oder wirklich aus Texten heraus Informationen zu lernen. Die Large Language Models können mit jeder Aufgabenstellung verbunden werden. Informationsextraktion ist ja nur eine davon. Andere lustige ist die Erklärung von Witzen. Das finde ich nicht mehr ganz genial als Task. Also falls dir das interessiert, schauen Sie mal auf Semival nach. Da gibt es Datensätze dazu. Aber ja, es ist einfach nur einer von vielen Bereichen und die Halluzination und diese Probleme bestehen einfach in jeder Anwendung von den Modellen. Die Verbindung mit der Suchmaschine ist natürlich aufgrund der Firma, die die GPD-Modelle gekauft hat, relativ naheliegend. Ich habe es aber noch immer nicht jetzt live gesehen. Also ist das jetzt schon online? Ja, verwendet Bing jetzt schon? Okay. Ja, also ich habe es noch nicht ausprobiert persönlich. Ich weiß auch nicht ganz genau, was dahinter steckt, weil seit Microsoft gekauft hat und auch davor schon werden einfach technische Details nicht veröffentlicht. Also es gibt ein paar Informationen zum allerersten Modell, dann lange nichts und dann jetzt noch ein paar Informationen zum neuen Modell, GPT-4, wo es aber auch sehr oberflächlich bleibt. Das heißt, ich kann gar nicht viel dazu sagen in Wirklichkeit. Ja, danke. Und ich glaube, ich greife ein paar Aspekte auf, die jetzt genannt wurden. Vor allem, was du, Matthias, gesagt hast, dass man sich darauf verlässt, auf die Ausgaben. Und vielleicht leitet das ganz gut zu dem Hochschulkontext über, wo ja ein Ziel hier in der Hochschule und bei der Bildung allgemein ist, eben das kritische Denken zu schulen und quasi ja die Welt auch sich der kritisch zu nähern. Und wie können wir das hier in den Hochschulkontext mit einbinden, den kritischen Umgang mit diesen Methoden zu üben und wie sollen wir damit umgehen? Ja, also das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage. Klarerweise, das Thema ist generell komplex. Ich glaube, es gibt da auf keinen Fall einfache Antworten. Ich würde aber schon sagen, dass genau das, was hier oft und was du jetzt auch genannt hast, nämlich dieses kritische Denken. Und ich möchte Sie einladen, darüber nachzudenken, wie viel Möglichkeit haben Sie in Ihrem Studium, kritisch sich einzubringen oder werden aufgefordert, kritisch zu denken? Denn ich frage mich tatsächlich immer, wenn es, wenn das gefordert wird, kritisch an die Dinge heranzugehen, dann wird das immer eingefordert. Aber die Frage ist, wie kann man es tatsächlich dann didaktisch auch modellieren? Wie kann man es in die Lehrveranstaltungen reinbringen? Ein Beispiel, das immer wieder genannt wird im didaktischen Kontext ist, dass man eben den Output von Large Language Models, von JetGPT zum Beispiel überprüft, also dass man darüber, das Studierende dann darüber diskutieren, ist das jetzt gut, ist das schlecht, gibt es da faktische, also gibt es Fehler in den Fakten, gibt es eben dieses Phänomen des Halluzinierens? Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein ganz einfacher Ansatz, dass man sich hier irgendwie kritisch dem Output nähert. Aber tatsächlich ist es natürlich, also fallen viele Dinge weg, die wir bisher gewohnt waren im Wissenschaftlichen. Also Wissenschaft ist ja auch ein System, wo es um Aussagen geht und wo es darum geht, Quellen kritisch zu prüfen und Quellen vor allem nachzuvollziehen. Und ich glaube, solche Dinge wie Sourcing zum Beispiel, also dass man jetzt sagen kann, okay, da wird jetzt auf diese Quelle zugegriffen und ich kann jetzt einschätzen, ist das jetzt eine gute Quelle oder nicht, das fällt ja gerade bei diesen Pre-Trained Models deshalb weg, weil ja eben keine spezifischen Quellen genannt werden. Also ich kann ja die Information, die mir das Netzwerk hier ausgibt, kann ich ja nicht auf spezifische Quellen zurückverfolgen und sagen, ah, da hat es Text A genommen und Text B. Und insofern fallen hier so Prüfungsmethoden, die wir bisher hatten, wenn wir uns kritisch mit Dingen auseinandergesetzt haben, hier vielleicht auch ein Stück weit weg. Und dann muss man natürlich darüber nachdenken, wie kann man sich dann kritisch mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ich glaube, es geht ganz grundsätzlich jetzt aus einem hochschuldidaktischen Sinn einfach wirklich um Haltungen. Und ich glaube, das ist ein Ziel, dass man auf jeden Fall, dass alle Lehrenden hier an der Universität wahrscheinlich auch sich immer wieder auch als Basis ihrer Lehrveranstaltungen oder in ihre Lehrveranstaltungen mit einweben sollten, nämlich eben diese kritische Haltung gegenüber dem, was hier produziert wird, gegenüber Biases, gegenüber einer Verwendungsweise, die eben zu einem schlechteren Ergebnis führt, als man das vielleicht vorher hatte. Es gibt ja ganz interessante Effekte davon, dass mit diesem Automation Bias, dass Menschen automatisiert erstellte Antworten eher vertrauen und gar nicht mehr selbst dann so viel nachdenken. Und das sind dann auch diese ganzen Ängste, die damit verbunden sind, dass wir alle weniger denken, weil wir eben Chat-GPT zum Beispiel verwenden, um Seminar-Arbeitsfragen zu stellen oder uns Informationen zusammenfassen zu lassen. Da gibt es natürlich noch keine, also nicht genügend Forschung, um wirklich zu zeigen, wie wirkt sich das dann tatsächlich aus. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung für alle Lehrenden, aber eben auch für Sie als Studierende, wie Sie sich dann selbst jedes Mal auch dazu positionieren, wie viel, wo wenden Sie das an und ist es für Sie ein positiver Outcome oder ein negativer Outcome? Spart man sich wirklich so viel, wenn man dann auf solche Technologien zurückgreift? Ich würde kurz dazu sagen, Sie sind ja alle aus einem verschiedenen Fachbereich. Ich denke, die digitale Transformation durchdringt alle Fachbereiche. Also das ist auch heutzutage nicht mehr auf zum Beispiel die Biomedizin beschränkt oder solche Fachbereiche, wo man schon sehr gewöhnt ist, mit großen Datenmengen zu arbeiten, sondern auch in anderen Fachbereichen aus den Humanities oder sogar aus der Archäologie habe ich jetzt auch gerade eine Kooperation, wo man einfach Artifakte digitalisiert, also Fotos oder 3D-Aufnahmen von zum Beispiel Glasperlen, die in mittelalterlichen Gräbern gefunden werden, macht. Und damit kann man mit künstlicher Intelligenz sehr viel machen. Zum Beispiel ist es möglich, dann standardisiert wie ein Fingerabdruck von einem Gräberfeld zu bekommen. Welche Objekte gibt es da? Wie kann man die kategorisieren? Also AI ist sehr, sehr mächtig, wenn es darum geht, große Informationen zu durchsuchen, zusammenzufassen, auch objektiv für den Menschen verständlich zu machen. Also ich möchte damit sagen, es hat Möglichkeiten und Grenzen. Und ich möchte Sie einladen, in Ihrem Fachbereich mal zu überlegen, wie weit ist es dort mit der Digitalisierung? Welche Möglichkeiten habe ich? Und welche Probleme habe ich vielleicht auch in meinem Fachbereich? Und das können Sprachmodelle sein, können aber auch andere Modelle des maschinellen Lernens, des Data Mining-Science, die hier zum Einsatz kommen. Und ich wünsche mir einfach, dass Studierende, also jeder Studierende, jede Studierende sollte eine Grundqualifikation bekommen, wie diese Methoden funktionieren. Weil nur dann können Sie sie kritisch einsetzen und zu überlegen, was die Möglichkeiten und die Grenzen sind und das dann einschätzen. Wir sind uns immer so schön einig. Ja, so eine richtige Diskussion ist nicht. Okay, also ich stimme da vollkommen zu. Ich würde nur noch ergänzen, dass es auch sehr sinnvoll ist, diese kritische Auseinandersetzung gemeinsam zu machen. Also ich finde es extrem sinnvoll, diese Technologie noch in den Unterricht einzubauen. Ich habe das letzte Semester in einer Vorlesung ausprobiert. Da ging es um Terminologie. Also das ist klassische Translationsvorlesung gewesen. Und da haben wir einfach gemeinsam ausprobiert, wie gut funktioniert denn die Nutzung von so einem Modell für die Thermextraktion. Wenn man einfach sagt, hier ist der Text, was sind Termine darin und wie verändert sich die Ausgabe, je nachdem, welche Prompts man verwendet. Weil Prompt ist ja nicht nur der Input, sondern in Wirklichkeit ist das ja die Arbeitsanweisung, die man dem Modell gibt. Das heißt, je nachdem, wie ich danach frage, was kommt da anderes raus, dass man wirklich auch mal die Robustheit dieser Modelle selbst testet und gemeinsam im Fachbereich testet mit Kolleginnen, mit Studierenden, mit wem auch immer. Und das macht ganz viel Spaß. Das haben wir dann über Sprachen hinweg gemacht, mal zu schauen, wie gut funktioniert das auf Japanisch, auf Rumänisch. Also alle Sprachen, die einfach im Raum verfügbar waren. Die Antwort ist ja, je mehrsprachiger und je weniger Ressourcen reich die Sprachen, desto schlechter das Ergebnis, so wie man es auch erwartet und kennt. Aber es hat auf jeden Fall den Studierenden sehr viel Spaß gemacht. Also das war so eine freiwillige Übung und da haben mehr mitgemacht als jemals zuvor. Also das sind auch Dinge, die man wirklich gemeinsam machen kann, an diese kritische Auseinandersetzung. Ja, jetzt wurden ja ganz viele Bereiche genannt, in denen diese Technologie oder diese Technologien eingesetzt werden können. Texte zu verfassen, um vielleicht mit Bilddaten auch umzugehen, Glasperlen zum Beispiel oder auch Bilder zu erzeugen oder sogar Programmcode zu erzeugen, in der Informatik zum Beispiel. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das immer besser funktioniert, natürlich auch immer noch mit Problemen behaftet und nicht ganz perfekt und man muss auch eine kritische Haltung natürlich behalten. Aber wenn wir sagen, das funktioniert immer besser, sodass diese Art von Tätigkeiten uns zu einem gewissen Grad dann doch irgendwie abgenommen werden können, dann stellt sich natürlich die Frage, sollten wir diese Fähigkeiten immer noch lernen? Also sollten wir immer noch lernen, wie man einen guten Text schreibt oder einen Programmcode? Oder reicht das, wenn wir nur auf einem ganz hohen Level vorgeben können, was wir dann haben wollen und dann das Ergebnis sozusagen redigieren sozusagen? Welche Gedanken habt ihr da dazu? Also lohnt es sich noch, Fähigkeiten wie zum Beispiel Programmcode zu schreiben oder Texte zu verfassen, zu üben, auch wenn es vielleicht auf diesem untersten Level gar nicht mehr so nötig zu sein scheint? Ich weiß nicht, wer darauf zuerst antworten möchte. Ja, also dazu muss man sagen, Sie sitzen jetzt hier und studieren in Ihrem zweiten, dritten, vierten, fünften Semester, aber im Grunde genommen ist jedes Studium oder jedes Curriculum, also die Basis Ihres Studiums ist ein Curriculum und im Grunde genommen ist ja eigentlich ein Curriculum immer so auch ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Also was wird in zehn Jahren, in 20 Jahren relevant sein? Welche Fähigkeiten werden relevant sein? Was muss man da noch können? Und ich glaube, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist so eine Dynamisierung, dass sich Gesellschaft sehr schnell wandelt, rascher wandelt. Also wenn man jetzt zurückdenkt, irgendwie 100 Jahre, da hat es gereicht, irgendwie eine Profession, einen Beruf zu erlernen und dann konnte man dann auch die ganze Berufslaufbahn ausführen. Wenn man jetzt manchmal so an die Zukunftsentwürfe, die so herumgeistern denkt, von Automatisierung und es wird schon in wenigen Jahrzehnten eben gar keine menschliche Arbeit mehr geben. Da geistern ja immer wieder solche Zukunftsvisionen herum. Und dann ist das natürlich eine ganz entscheidende Frage. Was sind die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die Sie in zehn Jahren, in 15 Jahren brauchen, um in Ihrer Berufswelt oder aber auch in Ihrem persönlichen Leben, es geht ja nicht immer nur, also Universität ist ja nicht nur eine Vorbereitung auf den Beruf, sondern auch auf andere Dinge. Und es gibt ja auch sowas wie Bildung und Lernen als Selbstzweck. Aber trotzdem kann man sich die Frage stellen, was wird da gebraucht werden? Und ich glaube, das sind Prozesse, da kann man aus dem jetzigen Standpunkt relativ wenig sagen. Ich glaube, da bleibt es bei Zukunftsvisionen. Aber was ganz sicher ist oder wo ich jetzt sagen würde, was ganz sicher ist, ist, dass sich Lernen, die Auseinandersetzung an der Universität und eben auch, was dann so diese Kernkompetenzen sind, sich sicher verändern wird. Und das ist nicht mehr so stark, wie es vielleicht bisher um Reproduktion von Wissen geht, sondern vielmehr um das Einordnen, um das kritische Reflektieren. Also Hierarchie höhere Kompetenzen. Genauso wie man das vielleicht vom Taschenrechner kennt. Da geht es jetzt auch nicht mehr darum, dann irgendwie so grundlegende Rechenoperationen zu lernen, sondern man kann dieses Tool verwenden, um höhere Mathematik dann zu machen. Es wird sich sicher sehr verändern. Der Meinung bin ich auch. Dennoch glaube ich, wir Menschen haben ein Gehirn. Und das ist schon in der Evolution verändert sich das nicht so schnell, wie andere Dinge sich zu verändern. Und ich glaube schon, dass manches, was man in der Universität lernt, also ich bin Informatikerin. Ich habe mich im Grundstudium wie viele Informatikstudierende auch heute auch sehr viel mit mathematischen Grundlagen beschäftigt. Und damals habe ich nicht wirklich verstanden, wozu es dient, wie viele Studierende. Heute verstehe ich schon, dass es ein gewisses mathematisches Denken schult. Und dieses hat sich nicht so viel verändert über die letzten Jahrhunderte. Aber es schult unser Gehirn in einer Art und Weise, die es uns dann auch erlaubt, neue Algorithmen zu entwickeln oder diese Technologien weiterzuentwickeln. Also ich sehe schon, dass es wahrscheinlich gewisse Grundkompetenzen geben wird in den verschiedenen Fachbereichen, die sich nicht so schnell verändern. Aber ich stimme zu, dass sich der Überbau zu diesem Haus aus Kompetenzen durchaus stark verändern wird in den nächsten Jahren. Das würde ich auch schätzen. Ja, noch eine kurze Anmerkung von meiner Seite. Ich musste auch zum Beispiel Programmiersprachen lernen, die sie heute vielleicht hoffentlich nicht mehr lernen müssen. Sowas wie C oder C++, wo ich mir damals auch gedacht habe, oh Gott. Und besonders, wie ich dann Python gelernt habe, dazwischen nochmal Java. Und mir gedacht, wofür habe ich jetzt das alles gelernt? Wofür musste ich jetzt diese alten Programmiersprachen lernen? Am Ende bin ich ganz dankbar dafür, dass ich sie kann, weil ich jetzt einfach relativ flexibel neue lernen kann. Weil ich, genauso wie bei einer natürlichen Sprache, wenn man mehr als eine kann und je mehr man kann, desto leichter wird es eine neue zu lernen. Von dem her, glaube ich, ist nichts daran verschwendet, wenn Sie trotzdem noch selbst programmieren lernen. Außerdem müssen Sie ja auch die Halluzinationen im Code entdecken können, wenn Sie den Code automatisch generieren lassen. Versuchen Sie sich zum Beispiel mal eine Sprachverarbeitungsbibliothek ausgeben zu lassen, ja, für irgendeine Sprache, die nicht Deutsch, Englisch oder Spanisch ist. Da werden ganze Python-Libraries halluziniert. Das ist wahnsinnig spannend. Plötzlich gibt es irgendwelche polnischen Libraries, die einfach nicht existieren, wo einfach englische Namen angepasst werden. Wenn Sie dann nicht wissen, wo der Fehler ist, wenn Sie das versuchen laufen zu lassen, dann kommen Sie nicht weiter. Also ich denke schon auch ganz pragmatisch zum jetzigen Zeitpunkt ist es schon noch erforderlich. Und ich glaube auch in Zukunft wird es Ihnen nicht schaden, wenn Sie jetzt Programmiersprachen lernen. Ja, ich glaube, das sind wirklich Fragen, die uns alle auch noch beschäftigen würden. Also uns hier auf der Bühne, aber auch Sie als Studierende. Und ja, vielleicht ist es auch sehr wichtig für uns, dann die entsprechende Motivation dann mitzuliefern, wenn wir den Studierenden sagen, was sie machen sollen, dass wir eben dann auch gut motivieren, warum wir denken, dass es eine wichtige Sache ist. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir eröffnen jetzt auch die Diskussion an Sie. Also wenn Sie Fragen haben, wäre es ganz toll, wenn Sie die stellen würden. Wir haben hier ein Mikrofon. Vielleicht melden Sie sich kurz, wenn Sie Fragen hier an das Panel haben. Und dann beantworten wir die gerne. Ich glaube, das Beste wäre, wenn wir das Mikrofon geben oder die Frage wiederholen. Je nachdem. Vielleicht ist Wiederholen einfacher, ja. Vielleicht, wenn Sie sich melden könnten mit einer Frage, wenn bei Ihnen jetzt Fragen aufgekommen sind, dann wäre das ganz toll. Und dann könnte das vielleicht auch hier noch zu einer weiteren Diskussion hier führen. Gerne auch kontroverse Fragen, weil wir uns jetzt immer, oder die Expertinnen hier sich immer einig waren. Vielleicht schaffen wir es ja mit einer kontroversen Frage. Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Ich versuche das mal, diesen Impuls weiterzugeben und auch vielleicht kurz zu wiederholen, so wie ich das jetzt verstanden habe, ja. Und zwar ging es jetzt bei Ihnen darum, wie können wir einerseits die Autonomie auch erhalten, ja. Wir als Menschen sozusagen. Und wie können wir auch verhindern, dass bei bestimmten Anreizsystemen, ja, dass diese Technologien sich auch nicht verselbstständigen, ja. Dass sie nicht Ziele verfolgen, mit denen wir eigentlich nicht einverstanden sind, ja. Und genau, das geht ja an unseren ersten Block sozusagen, ja, schließt das ja an. Und diesen Impuls gebe ich jetzt einfach mal nochmal hier in die Runde. Also ich möchte mal als allererstes dazu sagen, natürlich ein sehr interessantes Thema, aber diese Modelle haben keine Intention, das darf man bitte nicht vergessen, ja. Also da gibt es kein Ziel dahinter, da wird nichts verfolgt. Es sind Master, Mustererkennungsmaschinen und Punkt. Also solange wir hier keine Intention mit hineinbringen sozusagen, ja, gibt es keine stärkere oder schwächere AI oder so irgendetwas. Und das andere ist, dieses Problem, ja, der zu intelligenten Intelligenz gab es ja schon mal. Also dieser Film Space Odyssey hat ja in der Forschung zum Beispiel einen AI-Winter erzeugt, ja, vor vielen Jahren, weil einfach die Menschheit so eine Panik bekommen hat vor AI, dass keine Finanzierungsmittel mehr zur Verfügung gestellt werden. Das ist gerade meine größte Angst, ja, mit Artikeln wie diesen, wo man dann sagt, ja, aber jetzt übernimmt ja die AI wieder die Menschheit, wir verlieren unsere Autonomie und so weiter. Wenn das in diese Richtung geht, dann steht uns eventuell der nächste AI-Winter bevor. Stattdessen würde ich es viel wichtiger finden und das passiert auch Gott sei Dank schon, ja, dass man mehr in Ethik investiert, ja, in einfach ethische Grundlagen, ethische Ansätze dieser Modelle und eben auch Verantwortung, wie wir es schon angesprochen haben. Wer ist überhaupt verantwortlich dafür, wer wartet die und so weiter. Ja, jetzt haben wir doch einen Punkt, wo ich jetzt so ein bisschen widersprechen würde. Ich glaube nicht, dass die Gefahr, die da teilweise konstruiert wird oder das, was da irgendwie so herumgeistert, ich habe es vorhin schon genannt, zu dieser Gefahr, dass die Superintelligence uns alle übernehmen wird und steuern wird. Da gibt es ja auch diese Analyse, dass das eher eine Werbung ist sozusagen oder dass diejenigen, die diese Modelle entwickeln, dann sagen, ja, das könnte so intelligent werden und damit auch immer sagen, diese Technologie kann das, die hat dieses Potenzial und eigentlich eher diese Technologie unterstützen. Aber den Artikel, auf den Sie Bezug genommen haben, ich glaube, weiß von Ted Chiang oder so in The New Yorker, kann das sein? Ja, aber das ist, glaube ich, etwas, das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil was, glaube ich, eher auch kritisiert ist, dass Unternehmen künstliche Intelligenz vorschieben und sagen, ja, wir müssen jetzt so und so viele Menschen entlassen, weil das ist, da gibt es jetzt Technologie, die kann das übernehmen und so weiter. Und das heißt, dass das eher ein Vorwand ist, um eben Firmen noch mehr, ja, also Mitarbeiter ihnen zu entlassen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Sie da ansprechen, der ganz, ganz wichtig ist, weil ganz viele AI-Critics warnen davor, dass AI verwendet wird eben, also oder dass die Gefahr von AI gar nicht so sehr eben diese Superintelligence ist, die so wie Hell in diesem Film uns dann übernimmt und steuert und so weiter und uns unterwirft, sondern dass Menschen sie schlecht anwenden. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir wieder bei dieser kritischen Kompetenz auch sind, zu wissen und sie werden vielleicht irgendwann einmal in einem Unternehmen arbeiten, wo dann die Frage ist, entlassen wir unsere MitarbeiterInnen und stellen wir auf eine künstliche Intelligenz um oder nicht. Und das sind dann aber eben ethische Fragestellungen. Und da ist es eben nicht so, dass die Antwort immer ist, ja, es muss die AI sein, sondern im Grunde genommen sind es Menschen, die diese Entscheidungen treffen. Und eben Gary Marcus, den ich vorhin schon genannt habe, der sagt, seine Angst ist eher, dass Menschen künstliche Intelligenz, die noch sehr schlecht entwickelt ist, eben da zu verwenden und sie, also schlecht verwenden und dann die Gefahr sehr hoch ist, dass dann ein schlechter Outcome ist. Ich kann das auch unterstreichen. Also es ist einfach ein Algorithmus. Und manchmal mag ich auch die Bezeichnung künstliche Intelligenz wirklich nicht, weil sie suggeriert etwas, was ein Eigenleben hat. Aber diese Algorithmen haben kein Eigenleben. Sie sind von Menschen programmiert und man kann auch verstehen, was sie tun. Es ist nur so, dass sie aus vielen kleinen Bausteinen wie Neuronen aufgebaut sind und man als Mensch leider am Ende nicht mehr versteht, wenn ich vorne etwas hineinstecke, was kommt hinten in Kombination heraus. Das ist ein bisschen wieder als Analogie zu unserem menschlichen Gehirn. Das besteht auch aus sehr vielen, sehr einfachen Bauteilen. Und am Ende versteht man nicht, wie können anspruchsvolle, kognitive Tätigkeiten oder Gefühle wie Angst, Liebe oder etwas daraus entstehen. Also das ist auch noch nicht klar, wie es aus der Biochemie im Menschen entsteht. Aber die AI ist viel, viel einfacher. Ich möchte nicht sagen, dass es mit dem Gehirn so viel zu tun hat. Und ich mag ehrlich gesagt nicht so gern diesen Begriff künstliche Intelligenz. Es ist ein Algorithmus und sie können alle die Grundlagen verstehen, wie solche Algorithmen arbeiten. Und ich glaube, dadurch verlieren sich auch viele Ängste. Nicht aber das Problem, dass wir ethisch darauf achten müssen, wie Sie recht haben, dass sinnvoll Entscheidungen getroffen werden, für welche Zwecke diese Algorithmen eingesetzt werden. Darf ich noch ganz plakativ ein Zitat von Terry Bradshaw, einer meiner Lieblingsautoren, bringen? Menschliche Dummheit wird künstliche Intelligenz immer schlagen. Ja, wunderbar. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und es ist schon 18.15 Uhr und die Zeit ist sehr stark verflogen. Und ich glaube, ich nutze auch dieses Schlusswort jetzt, um die Diskussion hier zu beenden. Ja, leider haben wir jetzt keine Zeit mehr. Aber wir sind jetzt hier vorne noch. Ich bin auch noch da. Also es würde mich sehr freuen, wenn Sie vielleicht dann einfach nach vorne kommen. Dann können wir vielleicht ein bisschen offline in die Diskussion noch weiterführen. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bei den ExpertInnen hier bedanken für die tolle und anregende Diskussion und auch bei Ihnen hier im Saal und auch den ZuschauerInnen im Zoom. Und ja, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse und würde mich freuen, möglichst viele von Ihnen nächste Woche wiederzusehen und auch bei den weiteren Invited Talks von den Invited Speakers. Okay, vielen Dank. Danke. Vielen Dank.